Ja, so, hi Leute, ich bin momentan ein bisschen angepisst, um nicht zu sagen, etwas sauer, etwas sehr sauer, weil komischerweise plötzlich, als ich den neuen Isaac-Part hochladen wollte, ähm, mein Isaac-Ordner nicht mehr da war. Der gesamte Ordner, wo die gesamten Videos drin gespeichert waren, plus dieses Intro-Theme und noch andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Isaac, dieser Isaac-Schriftzug, den ich am Anfang immer reinmache, es ist einfach weg, ich hab mir jetzt, ähm, ich hab die Festplatte durchsucht, ich hab externe Festplatte durchsucht, ich hab USB-Sticks durchsucht, ob ich es irgendwo aus Versehen hinkopiert hab, ich hab, äh, nach gelöscht, aus dem Papierkorb gelöschten Dateien gesucht, es ist einfach weg, es ist einfach weg, es sind zwar noch ein, zwei Videos da, aber die sind schon sehr viel älter, die hab ich früher schon gelöscht, und es ist einfach alles weg, es ist keine Spur mehr davon zu sehen, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich meine, ich hab nichts irgendwie, neuerdings, jetzt große Löschaktionen gemacht, oder sonst was, es ist einfach weg, der gesamte Ordner. Aaron Amneser übrigens auch, aber das ist ja momentan egal, die Parts sind ja alt, aber es geht hauptsächlich um Isaac, deswegen, ähm, wird der nächste Isaac-Part natürlich jetzt leider nicht kommen, das heißt, es wird ein unvollständiger Run sein. Es tut mir leid, ich kann nichts machen, ich weiß echt nicht, was da passiert sein könnte, es ist einfach weg, irgendwie, keine Ahnung, ich bin ziemlich sauer, ich weiß nicht, warum mir so eine Scheiße passiert, naja, ich hoffe, das kann man mir verzeihen, und, ja, dann sehen wir uns einfach bei einem nächsten Isaac-Run. Schade drum, echt schade drum. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.